Peter Thiel, Zero to One In der heutigen Zeit hat beinahe jeder die Möglichkeit ein eigenes Unternehmen zu gründen. Man benötigt nicht zwingend ein teures Büro. Ein Computer im Wohnzimmer kann bereits ausreichen um den Grundstein zu legen. Doch leider scheitern die meisten Startups schon nach kurzer Zeit und machen Platz für die nächsten Jungunternehmer. Dies liegt oft daran, dass Gründer nicht genug Mut aufbringen, sich auf etwas völlig Neues einzulassen und den richtigen Blick für die Zukunft zu entwickeln. Peter Thiel, der Gründer von PayPal und ein renommierter Investor, kennt die Welt des Unternehmertums aus erster Hand. In seinem Buch zeigt er, wie sie ein erfolgreiches Unternehmen praktisch aus dem Nichts schaffen können, von 0 auf 1. Daher der englische Buchtitel Zero to One. Er offenbart ihnen, wie sie abseits ausgetretener Businesspfade Fuß fassen können. In den kommenden Abschnitten dieser Zusammenfassung werden sie erfahren, warum Monopole tatsächlich förderlich für Innovationen sein können, warum es nicht ratsam ist, die Technologie von Kopiergeräten weiterzuentwickeln und warum es für Unternehmensgründer durchaus üblich ist, ein breites Wissen zu besitzen, ohne dabei in die Irre zu gehen. Kernaussage 1 Die Zukunft erkennen und gestalten erfordert, die Gegenwart mit einem kritischen und innovativen Blick zu betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten ins Jahr 2100 reisen. Was würden Sie sehen? Wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Die Zukunft ist mehr als nur eine zeitliche Spanne, sie definiert sich durch den Fortschritt, der in dieser Zeit geschieht. Dieser Fortschritt kann in zwei Hauptkategorien unterteilt werden. Horizontaler und vertikaler Fortschritt Horizontaler Fortschritt ist die Weiterentwicklung und Verbreitung bereits bestehender Ideen, angetrieben durch die Globalisierung, die es ermöglicht, Ideen weltweit zu verbreiten. Ein Beispiel hierfür ist die Massenproduktion und weltweite Verbreitung von Mobiltelefonen. Im Gegensatz dazu basiert vertikaler Fortschritt auf Innovationen, bei denen etwas völlig Neues geschaffen wird, das zuvor nicht existierte. Ein gutes Beispiel für vertikalen Fortschritt wäre die Entwicklung eines völlig neuen Smartphones. Die Herausforderung bei vertikalem Fortschritt liegt darin, etwas zu envisionieren, das noch nicht existiert. Das erfordert, die Gegenwart kritisch zu hinterfragen und sie mit einem innovativen Blick zu betrachten. Peter Thiel betont die Bedeutung dieser Fähigkeit und verlangt von Bewerbern in Vorstellungsgesprächen, eine berühmte Aussage zu nennen, der sie kritisch gegenüberstehen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Menschen dazu zu befähigen, außerhalb etablierter Konventionen zu denken, um die Zukunft zu gestalten und zu verändern. Die zentrale Botschaft dieser Kernaussage ist, dass die Fähigkeit, die Gegenwart in Frage zu stellen und innovative Lösungen zu entwickeln, der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft ist. Kernaussage 2 Um die Zukunft zu gestalten, ist es entscheidend, sich auf eine klare Vision zu fokussieren und alles daran zu setzen, sie zu verwirklichen. Es ist nicht notwendig, über eine Kristallkugel zu verfügen, um innovativ zu sein und sich auf die zukünftigen unbekannten Umstände vorzubereiten. In der heutigen Zeit herrscht oft die Vorstellung vor, dass die Zukunft unklar und vage ist. Viele Menschen glauben, dass es am besten ist, breit gefächert und vage für eine ungewisse Zukunft zu planen. Peter Thiel betont jedoch, dass diese breite Herangehensweise oft ineffektiv ist, da es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Stattdessen rät er dazu, die Anstrengungen auf eine klare, fokussierte Zukunft auszurichten. Man sollte der Architekt seiner eigenen Zukunft sein. Dieser Grundsatz gilt bereits für die Erziehung von Kindern, wo oft viele außerschulische Aktivitäten angeboten werden. Anstatt sich auf eine Vielzahl von Aktivitäten zu konzentrieren, sollten Kinder sich auf eine einzige Fertigkeit spezialisieren, in der sie die Besten werden können. Die zentrale Botschaft lautet, dass fokussierte Anstrengungen auf eine klare Zielsetzung der Schlüssel zum Erfolg sind. Thiel argumentiert, dass es nur eine beste Zukunft gibt, auf die man direkt hinarbeiten sollte. Dies liegt daran, dass die Bedingungen für erfolgreiche Start-ups begrenzt sind. Es gibt nur einen besten Markt für ein Produkt und nur einen perfekten Zeitpunkt, um es auf den Markt zu bringen. Daher müssen kluge Entscheidungen getroffen werden, um den richtigen Weg in die Zukunft zu wählen. Dies erfordert kreatives und unkonventionelles Denken, um die richtige Richtung zu erkennen und zu verfolgen. Der Begriff Monopol ruft oft Assoziationen von Unternehmen hervor, die unfaire Praktiken anwenden und den Wettbewerb behindern. Peter Thiel argumentiert jedoch, dass Monopole nicht zwangsläufig negativ sind. Tatsächlich können Monopole Innovationen vorantreiben und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Wenn ein Unternehmen eine Monopolstellung erreicht, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es den Wettbewerb auf unfaire Weise behindert. Es könnte einfach bedeuten, dass die Geschäftsstrategie des Unternehmens überlegen ist und andere Unternehmen daher nicht mithalten können. Ein weiterer Weg, um ein Monopol zu erreichen, besteht darin, etwas völlig Neues zu schaffen, das von anderen Unternehmen nicht leicht kopiert werden kann. Diese einzigartige Eigenschaft macht das Unternehmen zum Monopol. Thiel verweist auf Google als ein Beispiel für ein solches Monopol, da es bis ins 21. Jahrhundert praktisch keine Konkurrenz auf dem Gebiet der Internetsuchmaschinen hatte. Dies mag für andere Unternehmen enttäuschend sein, aber es hat auch zu Fortschritten und Innovationen im Bereich der Suchtechnologie geführt. Monopolunternehmen können sogar für die Gesellschaft insgesamt von Vorteil sein, da sie den Anreiz für andere Unternehmen schaffen, bessere Technologien zu entwickeln, um das dominante Unternehmen irgendwann zu übertreffen. Dieser Wettbewerb kann letztendlich dazu beitragen, Innovationen und Fortschritt voranzutreiben. Ein weiterer Vorteil von Monopolen ist, dass sie oft sehr profitabel sind, da sie die Preise für ihre Produkte oder Dienstleistungen selbst festlegen können. In Branchen mit intensivem Wettbewerb müssen Unternehmen dagegen oft ihre Preise senken, um sich gegenüber Konkurrenten zu behaupten. Peter Thiel verwendet das Beispiel der Fluggesellschaften, um diesen Punkt zu veranschaulichen. Im Jahr 2012 betrug der durchschnittliche Gewinn pro Passagier und Flug nur 37 Cent, da die Flugpreise aufgrund des hohen Wettbewerbs niedrig waren. Im Gegensatz dazu konnte Google über ein Viertel seiner Einnahmen tatsächlich als Gewinn verbuchen. Die Schlussfolgerung ist, dass Monopole nicht nur negative Auswirkungen haben, sondern auch positive Anreize für Innovation und Entwicklung bieten können. Kernaussage 4 Erfolgreiche Unternehmen benötigen Geheimnisse, die nicht kopiert werden können. In einer hochtechnologisierten Welt könnte man meinen, dass es keinen Raum mehr für vertikalen Fortschritt und neue Ideen gibt. Peter Thiel argumentiert jedoch, dass diese Einstellung den Erfolg behindern kann. Es gibt immer noch viele Geheimnisse in der Welt, die entdeckt werden wollen. Dies sind Dinge, die für die Menschheit von großer Bedeutung sind, aber entweder von den meisten Menschen nicht bekannt sind oder ignoriert werden. Diese Geheimnisse sind in der Geschichte immer vorhanden gewesen. Ein Unternehmensgeheimnis kann beispielsweise eine neuartige Technologie sein, die besser ist als die der Konkurrenz. Mit solch einem Geheimnis kann ein Unternehmen schnell zur Marktführung aufsteigen und in eine Position gelangen, in der es schwer angreifbar ist. Es ist wichtig, nach solchen Geheimnissen zu suchen, da dies der Schlüssel zum vertikalen Fortschritt und zur Differenzierung von der Konkurrenz ist. Andernfalls trägt man nur zum horizontalen Fortschritt bei und bleibt einer von vielen. Hewlett Packard wird als Beispiel für ein Unternehmen angeführt, das in den 90er Jahren führend in innovativen Technologien war und regelmäßig innovative Produkte auf den Markt brachte. Nach der Jahrtausendwende hörte das Unternehmen jedoch auf, solche Geheimnisse zu verfolgen und innovative Produkte zu entwickeln. Dies führte zu einem erheblichen Rückgang des Marktwerts. Die Botschaft ist, dass Unternehmen auf die Jagd nach unentdeckten Geheimnissen gehen sollten, um wahrhaft erfolgreich zu sein und möglicherweise ein Monopol zu schaffen. Kernaussage 5 Ein erfolgreiches und profitables Unternehmen benötigt Jahre, um zu wachsen. Monopolunternehmen mögen auf den ersten Blick wie Giganten erscheinen, die schon immer existiert haben, aber jede Firma hat einmal klein angefangen. Dies gilt insbesondere für den Profit. Es kann Jahre dauern, bis ein Startup tatsächlich profitabel wird. Dennoch kann ein Unternehmen, auch wenn es anfangs noch keinen Gewinn erzielt, bereits einen erheblichen Unternehmenswert haben. Dieser Wert basiert auf den erwarteten zukünftigen Einnahmen des Unternehmens. Ein Beispiel dafür ist PayPal im Jahr 2001, als es noch keinen Gewinn erzielte. Dennoch wurde der geschätzte Unternehmenswert von Peter Thiel auf die erwarteten Einnahmen in den folgenden zehn Jahren gestützt. Die Lektion hierbei ist, dass man nicht erwarten sollte, dass das Unternehmen von Anfang an an die Spitze gelangt. Stattdessen ist Geduld und Ausdauer erforderlich, um im Laufe der Zeit profitabel zu werden. Um ein Monopolunternehmen zu werden, sollte man zunächst in einer eng definierten Nische beginnen und versuchen, in diesem Bereich der stärkste Akteur zu werden. Sobald man in dieser Nische ein Monopol erreicht hat, kann man in breitere Märkte expandieren. Ein Beispiel dafür ist Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Er begann bescheiden, indem er Bücher verkaufte und erweiterte dann schrittweise sein Geschäft auf andere Kategorien wie CDs und Videos, bevor Amazon zu einem der größten Online-Einzelhändler der Welt wurde. Obwohl es den Anschein haben mag, dass Amazon über Nacht erfolgreich wurde, war es in seinen Anfangsjahren weit davon entfernt. Kernaussage 6 Startups benötigen ein starkes Fundament, das aus einem geeigneten Team, einer gesunden Unternehmenskultur und klaren Zielsetzungen besteht. Wie jedes erfolgreiche Gebäude benötigt auch ein Unternehmen ein festes Fundament, auf dem es wachsen und langfristig gedeihen kann. Die Anfangsphase der Unternehmensgründung ist daher von entscheidender Bedeutung. Das erste Schlüsselelement für ein starkes Fundament sind die richtigen Menschen für dein Team. In Startups sind die Teams oft so klein, dass jeder Mitarbeiter eine entscheidende Rolle spielt. Peter Thiel untersucht die Fähigkeiten und Visionen der Gründer genau, bevor er in ihre Unternehmen investiert. Er erkennt, wenn persönliche Beziehungen im Gründerteam Schwächen aufweisen. Ein fehlerhaftes Gründungsteam kann das Scheitern eines Unternehmens bedeuten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Fundaments besteht darin sicherzustellen, dass Gründer und Investoren ihre Interessen miteinander in Einklang bringen. Konflikte zwischen Gründern und Investoren können das Wachstum und die Entwicklung eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich frühzeitig über die Ziele und Erwartungen verständigen. Schließlich ist eine gesunde Unternehmenskultur von entscheidender Bedeutung. Eine starke Unternehmenskultur ermöglicht es den Mitarbeitern, effizient und motiviert zusammenzuarbeiten. Sie basiert nicht nur auf Annehmlichkeiten wie Bürospielzeug, sondern vor allem auf den zwischenmenschlichen Beziehungen in einem Unternehmen. Unternehmen wie PayPal haben gezeigt, dass eine positive Unternehmenskultur dazu beitragen kann, dass die Teammitglieder nicht nur erfolgreich zusammenarbeiten, sondern sich auch so gut verstehen, dass sie in der Zukunft neue Unternehmen gemeinsam gründen. Kernaussage 7 Eine erfolgreiche Verkaufsstrategie ist entscheidend für den Erfolg eines Produkts oder Unternehmens. Die Vorstellung von Verkaufsstrategien mag oft mit negativen Bildern in Verbindung gebracht werden, wie etwa einem aufdringlichen Tür-zu-Tür-Verkäufer. Dennoch ist der Verkauf eine grundlegende Komponente im Geschäftsbereich. Innovation allein reicht nicht aus, wenn niemand das Produkt oder die Dienstleistung kauft. Ein Produkt kann noch so innovativ sein, aber es wird keinen Erfolg haben, wenn es nicht effektiv verkauft wird. Um Produkte erfolgreich zu verkaufen, ist ein gut durchdachter Vertriebsprozess erforderlich. Dieser sollte die Organisation und die Anstrengungen optimal auf die Zielgruppen abstimmen, um das Produkt bestmöglich zu vermarkten. Die Bewertung des finanziellen Potenzials von Kunden ist entscheidend, um die Ressourcen effizient einzusetzen. In einigen Fällen, in denen große Summen im Spiel sind, kann es erforderlich sein, dass die Geschäftsführung persönlich involviert ist. In anderen Fällen mit kleineren Transaktionen ist ein engagiertes Verkaufsteam die bessere Wahl. Es ist auch wichtig, immer nach neuen und wirksamen Verkaufsstrategien zu suchen. Der Vergleich mit Tom Sawyer, der andere Kinder dazu bringt, seinen Job zu erledigen, zeigt, wie Kreativität und kluge Taktiken eingesetzt werden können, um Kunden für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu gewinnen. Obwohl der Begriff Verkäufer oft negative Konnotationen hat, sollten Unternehmen versuchen, talentierte Verkaufspersonen zu finden und innovative Verkaufsstrategien zu entwickeln, um erfolgreich zu sein. Ein talentiertes Verkaufsteam kann einen erheblichen Beitrag zum Wachstum eines Unternehmens leisten. Kernaussage 8 Firmengründer und ihre eigenwilligen Eigenschaften sind entscheidend für die Vision und den Erfolg eines Unternehmens. Erfolgreiche Firmengründer und Unternehmer weisen oft ungewöhnliche Eigenschaften und Eigenarten auf. Diese können von Geburt an vorhanden sein oder sich im Laufe der Zeit entwickeln, oft unter dem Einfluss anderer erfolgreicher Gründer. Diese Sonderlinge und Tüftler spielen eine entscheidende Rolle bei der Gründung und Weiterentwicklung von Unternehmen. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das Gründerteam von PayPal, das für seine Eigenheiten und kuriosen Interessen bekannt ist, darunter das Hobby, Bomben zu bauen. Die Eigenwilligkeit und unkonventionelle Denkweise von Gründern sind von großem Vorteil in der Geschäftswelt. Sie sind mehr als nur Gründer. Sie verleihen dem Unternehmen eine einzigartige Vision. Jede erfolgreiche Firma benötigt eine solche Vision, der die Mitarbeiter und Kunden folgen können. Visionäre Unternehmer wie Steve Jobs haben gezeigt, wie entscheidend eine starke Vision für den Erfolg eines Unternehmens sein kann. Steve Jobs, der 1997 zu Apple zurückkehrte, führte eine Vision ein, die das Unternehmen revolutionierte. Mit Produkten wie dem iPod, iPhone und iPad schuf er eine innovative Produktfamilie, die sich von allem bisher Gesehenen abhob. Dank dieser Vision und des daraus abgeleiteten Plans machte er Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Selbst etablierte Unternehmen benötigen visionäre Gründer und Querdenker, um auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu bleiben und erfolgreich zu sein. Zusammenfassung zum Buch von Peter Thiel Zero to One Das Buch vermittelt die Botschaft, dass der Erfolg eines Start-ups nicht dem Zufall überlassen ist, sondern in der eigenen Hand liegt. Um erfolgreich zu sein, sollten Unternehmer Konventionen hinterfragen und sich bemühen, ein Monopol aufzubauen. Konkrete Schritte zur Umsetzung dieser Botschaft sind Erobere eine Nische nach der anderen Anstatt zu schnell zu expandieren, sollte man sich auf eine spezifische Nische konzentrieren und dort die Nummer 1 werden, bevor man auf andere Märkte expandiert. Das Buch betont die Bedeutung von unkonventionellem Denken, visionären Gründern, Monopolen und dem Aufbau einer starken Vertriebsstrategie. Es fordert Unternehmer auf, ihre Fähigkeit zur Vision und zum Querdenken zu nutzen, um ein solides Fundament für ihr Unternehmen zu schaffen. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, in der Geschäftswelt erfolgreich zu sein und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!